It's your boy SkinnyPee! Willkommen meine Damen und Herren zu einem Info-Video. Es ist sogar wahrscheinlich das wichtigste Video seit ever hier auf dem Kanal, denn es geht um große Änderungen auf YouTube, auf Twitch, auf Steam und ja, auf Steam bezüglich eben auch auf die Giveaways und die Trades. Fangen wir mit den YouTube-Änderungen an. Und zwar gibt es ab jetzt nicht nur diesen Kanal, der Dummbubbler, sondern zwei weitere. Einmal Bubbler Plays, den kennt ihr ja schon von letztem Jahr noch. Der war jetzt ziemlich lang inaktiv und wird jetzt wieder in die Aktivität zurückgerufen. Und es gibt jetzt den neuen Kanal Bubblers Reality. Ich habe ihn unten verlinkt. Ich habe beide Kanäle unten verlinkt. Und jetzt erkläre ich euch, wofür die Kanäle sind und warum sie so sind, wie sie sind. Auf diesem Kanal, der Dummbubbler, kommen weiterhin die typischen Dummbubbler-Videos. Also geschnittene, lustige Gaming-Dinge. Mitunter auch mal ein Podcast über Gaming-Geschichten, so wie es halt auch schon in der Vergangenheit stattgefunden hat und solche Sachen. Also ich sage mal, Top-Notch-Content und nichts, was jetzt einfach so dahingedümpelt ist. Irgendeinen ungeschnittenen Kack. Wir brechen hier also wieder zurück zur guten alten Bubbler-Ära mit den richtig dicken Videos. Auf Bubbler Plays wird es einfach nur um Gaming gehen. Also ungeschnittene oder meist, ich denke so gut wie immer, ungeschnittene Videos. Reines Gaming also. Wir zocken irgendwas und ich lade es hoch oder ich zocke irgendwas und ich lade es hoch. Da landen diese ganzen Projekte. Man könnte den Kanal auch eher so als Let's Play-Kanal bezeichnen, wobei ich da jetzt wahrscheinlich nicht irgendein Spiel einfach dann durchspiele, sondern halt mitunter einfach irgendwelche Dinge, die ich zocke oder anzocke, da hochlade. Und auf dem Reality-Kanal wird, wie der Name schon sagt, alles aus der Realität hochgeladen, was ich so mache. Also diese ganzen RL-Videos, die mitunter auch schon auf diesem Kanal zu finden waren, auf der Dummbubbler, wie die Trockenfleisch-Videos oder auch ein paar Mofa-Videos und diverse andere Dinge. Diese Sachen wird es dann ausschließlich auf diesem Reality-Kanal geben. Da habe ich jetzt mit einer Mofa-Restauration angefangen, das war mit der Solo 712. Da sind auch schon zwei Videos oben. So, warum das Ganze überhaupt? Ich war immer der Meinung oder ich fand und finde es auch nach wie vor eigentlich, am besten, wenn man alles an einem Ort hat und das eben dort auch finden kann. Das ist wie so ein Tagebuch. Man sieht, wo man angefangen hat und wie es jetzt aussieht, wo man steht. Leider ist es aus YouTube-technischen Gründen nicht so gut. Man merkt das ja bei ganz vielen YouTubern, die mindestens zwei Kanäle haben, alles möglich auf einen Kanal zu pumpen. Ganz viele Leute haben ihren Real-Life-Kanal oder halt Lifestyle-Kanal, heißt das ja bei manchen. Und dann haben sie noch ihren Gaming-Kanal und vielleicht noch einen Kanal für ungeschnittenen Kram und dann noch einen vierten Kanal, wo sie sich im Dödel spielen. Das ist bei sehr vielen YouTubern so und das hat natürlich auch einen Grund, warum das so ist, beziehungsweise warum man ungefähr Content, der sich ungefähr halt ähnelt in der Baseline, warum man den auf einem Kanal hochladen sollte und Content, der sich komplett davon unterscheidet, lieber auf einem Extra-Kanal hochladen sollte. Vor allem oder zumindest wenn man davon mehr machen möchte, von diesem Extra-Zeug. Das hat zwei Gründe. Ich nenne euch erstmal meinen persönlichen Grund, der für mich auch der größte, mitunter auch ein Leidensfaktor war über die letzten, ich sag mal zwei, drei Jahre. Und zwar der Fakt oder das Wissen, dass der Content, den du machst, wenn er nicht dem Content gleich, den du sonst machst, wahrscheinlich von deiner Community nicht so gut angenommen wird. Also du steckst in irgendeinem Video viel, viel, viel mehr Arbeit, Elan, Technik und so weiter, Blut, Herzblut als in anderen Videos und weißt aber genau, die werden zumindest von meiner Community wahrscheinlich nicht appreciated. Das beste Video ist zum Beispiel eines der Trockenfleisch-Videos und ein Overwatch. Overwatch ist, also CSGO-Overwatch, das habe ich ja schon ewig hochgeladen, die laufen eigentlich immer gut. So ein Overwatch dauert mit Thumbnail-Erstellung vielleicht 13, 14, 15 Minuten. Dann ist das ganze Video fertig und kriegt dann, was weiß ich, wenn ich einen guten Titel habe, 500 Aufrufe. Also zumindest aktuell. Ich weiß nicht, wie sich CSGO noch entwickelt. Früher war es ein Garant für 1000 Aufrufe, CSGO ist immer schlechter geworden in der Suchleistung und deswegen sind es halt nur noch 500. Auf jeden Fall, wir bleiben einfach mal bei den 500 Aufrufen für den Vergleich halt jetzt und dann nimmt man so ein Trockenfleisch-Video, das halt deutlich länger dauert mit der ganzen Vorbereitung, der Durchführung, dem ganzen Aufgenehmen und so weiter, die Schnibbelei und natürlich auch alles sauber machen und so. Das sind ein paar Stunden, die dann dafür drauf gehen. Sagen wir da einfach mal feste, ohne die Dirt-Zeit jetzt mit einzubeziehen, drei Stunden. Also ich habe ein Video, das drei Stunden dauert und ich habe ein Video, das 15 Minuten dauert. Das 15-Minuten-Video hat 500 Aufrufe und das Trockenfleisch-Video kriegt 120 oder 150 oder sowas. Ich meine, ich weiß, dass es mittlerweile extrem hochgeschossen ist, aber es geht mir natürlich im Speziellen um den Community-Impact, weil ich mache die Videos ja für die vorhandenen Leute. Und dann sehe ich halt, dass das Ding nach einem Tag, was ich 120 aufrufe, warte, 130 und denke mir, was mache ich hier eigentlich? Und das weiß ich ja dann bei jedem Projekt, das ich in Zukunft machen werde, das von meiner Norm abweicht, dass es wahrscheinlich von meiner Community gar nicht zwingend gesehen werden möchte. Die denken sich, ach, mach das nicht so, Overwatch-Shop. Weißt du, so. Und das bedrückt einen und darüber denkt man da schon während der Aufnahme nach. Manche Projekte macht man gar nicht deswegen, weil man sich denkt, wird wahrscheinlich eh keinen interessieren. Zumindest von meinen Leuten. Dass das Ding dann später besser läuft wie jedes andere Gaming-Video, das man hat, das ist was anderes. Das sind einfach Fremde. Die haben nichts mit der Community zu tun und kommen leider aufgrund der Weiterführung dieses Problems auch gar nicht zu der Community dazu. Denn die sehen so ein Trockenfleisch-Video und denken sich, ey, den Kerl finde ich lustig, das Video ist gut gemacht, der Content passt mir auch, so Kochkram und sowas. Dinge, die im realen Leben stattfinden. Mal gucken, was da sonst noch so macht. Dann klicken die auf den Kanal und sehen die letzten 40 Uploads CSGO-Matchmaking oder halt Overwatch oder halt einfach Gaming und denken sich, alles klar, ich bin dann mal wieder weg. Klar bleiben da winzige, kleine, einzelne Leute mal hängen, die dann auch in den Stream kommen und sagen, ey, ich hab grad dein Beef Jerky-Video und bla 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 und die sich dann sogar einarbeiten in die Community. Das ist ja auch schön. Aber es ist einfach insgesamt für diesen ganzen Aufbau nicht gut, weil ich mich, wie gesagt, bei besonderen Dingen halt nicht allzu gut fühle, weil ich weiß, eigentlich brauche ich es nicht machen. Das wird den Leuten, dem Großteil der Leute, eh nicht interessieren, was ich da mache. Erstens und wie gesagt, zweitens, die Leute, die die Videos sehen und davon mehr sehen wollen, werden enttäuscht, weil auf dem Kanal halt hauptsächlich dann irgendwelcher geschnittene Gaming-Kram läuft, für den sie sich gar nicht interessieren. Das waren jetzt übrigens schon beide Gründe gemischt. Das erste war das eigene, dass ich mich schlecht fühle. Das zweite ist Richtung Wachstum oder Community aufbau, dass es einfach nicht klug ist. Solche grundverschiedenen Dinge zu mischen. Als dritten Punkt kann man aber noch obendrauf packen, dass es natürlich auch sehr unangenehm für mich war, zu sehen, wie der Kanal von einem Kanal, der eigentlich aus wirklich extrem gut geschnittenen, also das sind jetzt eure Worte, ich zitiere jetzt praktisch nur eure Kommentare, die ihr unter die Macht Spaß Videos oder die gut geschnittenen Videos halt haut. Der Kanal bestand aus gut geschnittenen, schön editierten, macht Spaß oder lustigen Videos, die einen alle paar Sekunden immer wieder zum Lachen gebracht haben. Also kurzum viel Entertainment und dann habe ich immer wieder irgendwelche Sachen, die halt einfach nicht so sind hochgeladen und man merkt halt dann, wie viele Leute wegfallen und sich sagen, also der Kanal ist nicht mehr so, wie er mal war, das gefällt mir nicht und mir selbst gefällt das auch irgendwie nicht, weil ich halt auch Dinge dann einfach aus Zeitdruck gemacht habe, um was zu haben, weil ich auch jeden Tag was machen wollte und schon ist dieses ganze Konzept, das man selbst mal für seinen Kanal und für sich selbst erstellt hatte, für diese Figur der Dummbabler dahin und man macht irgendwas, weil man so viel reingemischt hat. Und es ist deutlich, deutlich entspannter, alle drei Punkte sind deutlich entspannter, wenn du einfach für die grobsten Unterschiede, für die grobsten Dinge und das sind bei mir eigentlich drei Dinge, einmal richtig geschnippelter Kram, eine Sache, so gut wie gar kein geschnittener Kram, die mittlere Sache und die linke Sache, Real-Life-Videos, wenn du dafür drei Kanäle hast. Erstens fühle ich mich halt befreit, weil ich einfach jetzt irgendwas machen kann, wenn ich Bock habe, auf was zu zocken. Also ich will jetzt, was weiß ich, letztens habe ich mit Snowrunner, Mudrunner voll geliebäugelt, das hätte ich euch gerne hochgeladen, wollte es aber nicht großartig schneiden, weil das auch ein cooles Spiel ist, dass man sich einfach richtig geben kann, ungeschnitten. Das hätte einfach nicht hier drauf gepasst und dann habe ich es einfach verworfen, weil es sich schlecht angefühlt hat. Ich hätte es aber gerne gemacht. Lust hatte ich. Aber wenn man dann weiterdenkt, die nächsten Schritte, was heißt das für den Kanal, was heißt das für euch und so weiter und so fort, dann verwirft man das, wenn man sich denkt, ne, das kann ich jetzt einfach machen. Dafür ist der Bubbler-Plays-Kanal am Start. Wenn ich in den Mofas rumschrauben will und mich da richtig reinhängen will in die Sache und das will ich auch und mache ich auch, dann weiß ich auch, ich habe einen Kanal dafür, wo ich es hochladen kann und da sind Leute, die wollen das sehen, die wollen sehen, was ich im Real Life so mache. Und wenn ich Bock habe auf ein richtig krass editiertes Abenteuer in irgendeinem Spiel, dann ist der Bubbler-Kanal da, der Dummbubbler. Und da sind auch die Leute, die das sehen wollen, die genau das sehen wollen und nicht, wie ich ne Waschmaschine repariere oder sowas. Das ist für mich der Hauptpunkt, das ist für mich das beste Gefühl. Das ist jetzt seit sechs Tagen so, also ich habe seit sechs Tagen, habe ich diese drei Kanäle, habe ich den dritten Kanal gemacht und habe dieses Gewissen, dass ich jetzt das alles so schön sortieren kann und das fühlt sich sehr gut an. Das war für mich ein schwieriger Punkt, ich habe, wie gesagt, seit zwei, drei Jahren habe ich das vor, habe es nie umgesetzt, habe jetzt mit Wallen nochmal richtig, richtig, richtig viel geschwätzt. Ich habe ja mit Wallen schon immer, wir haben ja gemeinsam angefangen mit dem ganzen YouTube-Kram, habe mich mit ihm schon immer unterhalten und er kennt halt auch diese ganze Sache, diese ganze Leidensgeschichte, als er selbst durchlebt oder durchlebt sie selbst und kann da eben sehr gut mitsprechen. Und er hat dann auch gesagt, mach das, mach das. Das war auch schon immer sein Ding, zu sagen, man muss die Sachen gut aufsplitten. Er hat schon vor Jahren gesagt, noch ein zweiter Account, noch ein dritter Account, dass man die Sachen gut einsortieren kann. Aber ich wollte halt immer nur ein, aber habe mir damit halt mehr Probleme gemacht, als dass es mir gut getan hat. Und die anderen beiden Punkte, die ich angesprochen habe, also wie dann die Community auf diesen einzelnen Kanälen wachsen kann und natürlich die Qualität, die man für die einzelnen Kanäle sich so gedacht hat, dass sie dann auch einfach bleibt und man nicht irgendwas reinmischt, das ist dann nochmal positiv, praktisch als Nebeneffekt mit dabei. Jemand, der gerne Mofa-Videos sehen will, wird auf diesem Real-Life-Kanal eine ganze Playlist finden oder Playlisten, ganze Videos, Videoreihen mit Mofa-Sachen. Und jemand, der gerne sowas schaut, der ist wahrscheinlich auch oder eher daran interessiert, zu sehen, wie ich eine Seifenkiste baue oder vielleicht eine kleine, eine kleine, ich habe früher immer kleine Waffen gebaut, wie ich so eine kleine Waffe baue, wie jemand, der einfach nur jeden Tag Gaming sehen möchte. So ist es schön aufgeteilt. Die Aktivität, also wie die Kanäle beschickt werden, ist natürlich einfach davon abhängig, worauf ich halt gerade Bock habe und was ich gerade so machen möchte. Tägliche Uploads wird es auf keinem der Kanäle geben. Am möglichsten wäre da natürlich Bubbler Plays, weil da spielt man einfach nur und lädt dann was hoch, das ist das Leichteste. Aber ja, ich denke, es wird immer wieder vorkommen, dass auf dem ersten Kanal vier oder fünf Tage nichts kommt, aber dafür auf dem zweiten Kanal ein Video oder auf dem zweiten und dritten, dass es halt irgendwie gemischt ist. Das ist, denke ich, verständlich. Irgendwo wird immer was sein. Das heißt natürlich auch für euch, dass ihr, wenn ihr alles mitbekommen wollt, am besten bei jedem Kanal vorbeischaut oder halt jeden Kanal abonniert oder mit der Glocke bearbeitet, wie auch immer, halt einfach auf dem Schirm habt. Und wenn ihr sagt, Real-Life-Sachen interessieren mich gar nicht, dann muss man da auch gar nicht reingucken, sondern bleibt einfach auf den Gaming-Geschichten und so weiter oder umgekehrt. Ja, das war es eigentlich. Die Giveaways finden nach wie vor oder weiterhin auf diesem Kanal hier statt, auf dem ihr gerade das Video seht, also auf der Dummbabler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auf den anderen Kanälen Giveaways mache, weil die Giveaways zum Beispiel auch, die haben mich so reingeritten mit toten Abonnenten hier auf dem Account. Das möchte ich den anderen beiden Kanälen nicht antun. Das heißt, da wird sowas mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden. Ich will nicht sagen, dass das ein Fehler war, weil von diesen tausend Leuten, die reinkommen durch die Giveaways und wieder ganz, ganz viele geben, bleiben halt trotzdem drei, vier Leute da, die summieren sich auf über die Giveaways und dadurch haben wir eine große Community mit, also für uns große Community gegründet. Und das freut mich natürlich auch nach wie vor sehr und Giveaways wird es auch weiterhin hier geben, aber auf den anderen Kanälen nicht. Also auf Twitch wird es natürlich auch weiterhin die Giveaways geben, ich habe jetzt nur von den YouTube-Kanälen gesprochen. Wir switchen jetzt direkt um zu Twitch, denn auf Twitch gibt es auch einige Änderungen. Erstens, der Dienstag-Stream geht jetzt eine halbe bis ganze Stunde länger, also von 18 Uhr bis ungefähr 21.30 Uhr oder 22 Uhr. Gestern haben wir bis 22 Uhr gemacht. Wir werden da auch fester ein drittes weiteres CSGO-Spiel einbauen. Das kann ein internes sein oder noch ein Low, Mixed, High, wie auch immer. Ich habe jetzt da ein drittes Account, vielleicht können wir da auch generell gucken, dass zwar ein High-Game machen oder einen Account für ein High-Game haben, einen Account für ein Mid-Game haben und einen Low-Account haben. Wobei ich mit dem zweiten Account eigentlich Low und Mixed spielen kann, da brauche ich keinen dritten. Vor allem müsste ich den dritten ja dann wirklich gezielt down ranken, das will ich ja nicht, das wäre dann Smurfen. So, also, wir werden also ein drittes CSGO-Game auch einbauen, dienstags. Machen dafür aber auch eine Stunde länger, das heißt, wenn wir dann TTT spielen oder sowas, haben wir für TTT immer noch genauso viel Zeit, wenn nicht sogar mehr, wenn die Spiele halt nicht so lange dauern. Wir können es auch so machen wie gestern, dass wir einfach zwei CSGO-Games machen, dann erstmal TTT spielen und am Ende dann nochmal mit einem Counter-Strike-Spiel die ganze Sache schließen. Der Donnerstag-Stream, da bin ich doch am überlegen, also ich will ihn eigentlich auch ein bisschen länger machen, also mindestens eine halbe Stunde länger, da wir Donnerstags neben CSGO kein weiteres festes Spiel im Stream haben, das angeplant ist, lassen wir das auch einfach so und machen da kein weiteres festes rein, sondern entscheiden uns so, wie wir wollen, aber gucken, dass wir am besten jeden zweiten Donnerstag trotzdem dann einfach nochmal ein drittes CSGO-Game reindümpeln und dann vielleicht einfach, wenn wir dann trotzdem nochmal ein anderes Spiel machen wollen, einfach verlängern den Stream, halt dann wirklich bis um 10 durchziehen und dann halt noch das Spiel, was wir eigentlich spielen wollten oder was wir uns für den Tag gedacht haben, wie was weiß ich, GTA, Marbles on stream oder sonst was, dass wir das dann danach machen und noch genug Zeit haben. Der Freitags-Stream bleibt so wie er ist, ohne Ende, startet um 22 Uhr und wir ballern einfach rein, wie Verrückte und dümpeln da so viel wie wir wollen. Somit ist Twitch auch abgehakt. Also kurz um zu merken, Dienstag geht auf jeden Fall länger und Donnerstag wahrscheinlich oft auch. So, kommen wir zum dritten Punkt, das ist der dritte Steam-Account, der jetzt am Start ist, der nennt sich Gustl, ist aber eigentlich egal, da werden eh keine Freunde aufgenommen, der werde ich auch nicht großartig aufbauen, dass ich da eigentlich viele Freunde fassen kann. Das ist ein reiner Trade-Account, das heißt, wenn ihr mir Trades schicken wollt, schickt ihr die einfach an diesen dritten Account. Wenn ihr Trades von mir erhaltet, erhaltet ihr die alle von diesem Account. Der ist ab dem 18., glaube ich, 18.06. ist er fertig, also ich habe authentifiziert und alles, der ist am Start, Handy ist da, das bedeutet, er hat jetzt noch, ich glaube ab heute 15 Tage Trade-Sperre, weil er einen neuen Authentifikator hat und ab dann ist er ganz normal nutzbar. Wenn ihr mir was traden wollt, an den Account. Wenn ihr von mir Trades erhaltet, bekommt ihr die von dem Account. Ich werde die ganzen Giveaways, die jetzt stattgefunden haben und auch die in den nächsten Wochen stattfinden werden, so wie immer halt aufschreiben, ich schreibe mir die ja immer auf und die sind dann offen bis zum 25.06. oder sowas, denn ich kann erst am 18., wenn der Account dann ready ist, alle meine Skins, die in den Giveaways rausgehen und rausgingen, an den Account traden, dann sind sie dann nochmal 7 Tage getradet, sperrt und dann gehen sie an euch. Und ab dem 25.06., 26.06. laufen die Giveaways dann so ganz normal wie immer ab. Das heißt, wenn ihr was gewinnt, schickt ihr mir euren Trade-Link per Twitch Whisper und dann erhaltet ihr den Trade ein oder zwei Tage später. Nur jetzt ist eine leichte Wartezeit drin von einem halben Monat, weil wir halt jetzt einfach diesen Authentifikator abwarten müssen. Das ist halt von Steam so, eine Sicherheitssache, 15 Tage warten und dann nochmal 7 Tage, bis die Skins, die ich rüber getradet habe, tradbar sind und dann ist es möglich. Die ganze Sache ist aufgrund dieses API-Scams entstanden, auch wenn alles nicht zu 100% klar ist, dass es wirklich einfach so geht, dass ich einen API-Scammer zwischenschalten kann und praktisch den Trade so verändern kann, wie er will, zu sich umleiten kann, will ich trotzdem, weil ich halt wirklich viel Value auf den beiden Accounts liegen habe, auf Nummer sicher gehen. Ich denke, das ist verständlich. Und alles nur noch von diesem dritten Account aus machen. Was passieren kann, ist, dass wenn einer von euch gefischt wurde, deswegen mache ich das eigentlich alles, weil bei mir ist alles clean, ich habe mich noch nie auf irgendwelchen Seiten angemeldet, die fishy sind und melde mich auch immer richtig an, ich weiß aber nicht, was ihr macht. Und es kann halt einfach sein, dass wenn ihr über Phishing in die Falle von so einem Kerl getreten seid, getappt seid, dann hat er euch, wie er ist kein Schläfer. Und wenn ich euch einen Trade schicke, beziehungsweise ihr mir einen Trade schickt, dann kann es passieren, dass er sich da einklingt und obwohl ich schon bestätigt habe den Trade, den Trade verändert und zum Beispiel alle meine Knives nimmt und dann zu sich rüber tradet und sich den Skin einfach nimmt. Es ist noch nie passiert. Noch nie. Das jetzt kam immer alles an. Und das ist für mich auch nicht die größte Sorge. Natürlich ist es saublöd, wenn ihr euer Zeug nicht bekommt, ne? Klar. Noch blöder wäre es halt, wenn jemand alle meine Sachen ript, weil beide Accounts, der Frauenarztbesucher, wie auch mein Main Account, sind ja wie ein Tresor für die ganzen Skins der Community. Ihr schenkt mir die und ich verschenke sie wieder an andere, die sie gerne hätten in der Community. Und es wäre halt wirklich absolut bitter, wenn wegen so einem API-Scam auf einmal alle Sachen weg wären. Deswegen diese Vorsichtsmaßnahmen. Auch wenn es nicht ganz sicher ist, ob das überhaupt alles geht. Dieses Einklinken geht auf jeden Fall. Da habe ich schon Videos auf YouTube gesehen, dass Leute ihrem besten Freund was schicken wollten. Sie verschicken es einfach und dann fragt er, wo ist das eigentlich, was du mir geschickt hast? Und dann stellt sich heraus, dass der API-Scammer, ich kläre das ja ganz kurz, den Trade abgefangen hat, abgebrochen hat, den Trade zu sich selber hingeleitet hat, aber nicht als Trade, der von dir ausgeht, sondern als Anfrage. Und deine Bestätigung, die du schon am Handy gedrückt hast, dann nimmt, um den Trade zu bestätigen. Also er macht einfach einen eigenen Trade. Inwiefern die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es bei uns passiert, weiß ich nicht. Wir haben viele immer wieder, die irgendwie schreiben, hey, ich wurde gescammt und deswegen habe ich so ein bisschen Schiss. Darum der dritte Account. Wenn ihr überprüfen wollt, ob ihr vielleicht schon mal in so einem API-Scammer auf den Leim gegangen seid, dann meldet ihr euch ganz normal auf steamcommunity.com an, auf der offiziellen Seite, schreibt das bitte richtig und kopiert das am besten nirgends wo raus, gebt das einfach oben in die Adressleiste ein, steamcommunity.com, die offizielle Seite halt, von Steam, kennt man ja. Dann meldet ihr euch an. Und wenn ihr dann angemeldet seid, dann gebt ihr dahinter, also steamcommunity.com, ein Slash ein, dann DEV, wieder ein Slash und dann API-KEY und dann drückt ihr Enter. Ich haue euch das auch noch in die Beschreibung, aber lieber selbst eingeben. Dann drückt ihr, wie gesagt, auf Enter und dann öffnet sich eine Seite und auf dieser Seite sollte ein leeres Feld stehen, ohne irgendwelche bereits eingegebenen API-Keys. Wenn da schon einer steht, dann müsste man sich Sorgen machen, sollte man sich Sorgen machen. Wenn man bis dahin noch nicht gescammt wurde, dann macht man es am besten wie folgt, man löscht den API-Key daraus, man ändert das Passwort seines Accounts und man entfernt alle Mobile Devices, alle Authentifikatoren, weil es kann sein, dass sich der Scammer bereits sein Handy registriert hat dann auf eurem Account. Das heißt, ihr entfernt einfach alle Handys, das Passwort, wie gesagt, macht ihr neu, die Login-Daten generell erneuern und macht den API-Key daraus und dann ist wieder alles gut. Dieses Feld muss einfach leer sein. Da darf nichts drinstehen. Das Ganze ist auch bei Anomaly erklärt. Das Video heißt How to not get scammed, in Klammern CSGO API Scam und da erklärt er das auch nochmal. Wegen dieser gesamten Vorsichtsmaßnahme sind die Trades, wie gesagt, erst mal ein bisschen verzögert, ist aber nicht schlimm. Da ich mir alles aufschreibe, kommt es ja nicht weg. Das wisst ihr. Also zumindest wissen das die Leute, die schon seit Jahren bei mir am Start sind. Klar, als Neuer denkt man sich vielleicht, das ist bestimmt ein Scammer, der labert nur irgendwas. Aber ich mache also Twitch seit drei Jahren und tausche schon immer Skins raus, Giveaways. In jedem Stream mache ich Giveaways und die Sachen kommen auch immer, immer, immer bei den Leuten an. Also außer jemand schickt mir seine Sachen nicht. Das kam schon vor. Zwar ganz selten, aber ich sage zu demjenigen, hey, schick mir bitte dein Trading, dass ich dir einen Trade schicken kann und das kommt einfach ein Jahr lang keine Antwort. Also natürlich sind die Sachen dann weg, wenn man sich, ich glaube, ich habe in den Regeln stehen, wenn man sich zehn oder vierzehn Tage lang nicht meldet bei mir, um seinen Gewinn abzuholen, dann ist der Kram nicht mehr gewonnen, sondern fließt wieder zurück und kommt wieder ein neues Giveaway. Aber das passiert in tausend Fällen einmal. Da die Giveaways im Stream live stattfinden, kriegt man ja auch mit, dass man gewonnen hat. Und ich sage halt wirklich in jedem, jedem verschissenen Stream, bitte an alle Gewinner, schickt mir euren Trading per Twitch Whisper. Das ist die Privatnachricht hier auf Twitch. Ihr könnt googeln, wie das geht. Ihr könnt den Befehl dafür eingeben, da wird es erklärt. Ihr könnt in der Beschreibung gucken. Also es ist auch ganz easy. Also wenn man halt dann zu doof ist, mir seinen Trading zu schicken und ich helfe wirklich bei allem. Ich habe schon tausendmal erklärt, wie man seinen Trading findet, wie man wispert. Habe ich dann schon so oft privat den Leuten noch erklärt. Also ich bin auch dahinter. Ich will, dass ihr euren Kram bekommt. Aber wenn jemand einfach nicht mehr da ist nach dem Stream und einfach nie wieder kommt, hat er halt verschissen. Ich denke, das ist verständlich. Ja, das waren soweit die Änderungen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. YouTube, drei Kanäle, Twitch, längere Streamzeiten und neuer Account, über den alle Trades gehen. Ankommend, wie auch rausgehend. Und der ist leider erst ab dem 25. authentifiziert. Dann könnt ihr mich schon mal antraden. Und die Skins, die rausgehen, die kann ich erst ab dem 25. auf den Account rüberschieben. Da sind sie da nochmal sieben Tage lang Trade gesperrt. Und dann kann ich ab dem Tag, kann ich wieder ganz normal die Giveaways machen. Sofern ich sie halt schön vorbereite. Und das werde ich natürlich machen. Ich gucke, dass ich die Skins immer für die nächsten zwei Wochen auf den Account ziehe. Und dann kann ich die direkt raushauen. So wie es die ganze Zeit auch der Fall ist. Meistens haue ich Trades, die gewonnen wurden, also die meinetwegen am Dienstag gewonnen wurden, spätestens am Donnerstag oder Freitag oder Samstag raus. Manchmal sammle ich einfach die Giveaways der Woche. Da ich ja dreimal streame, gibt es Dienstag, also Giveaways, Donnerstag Giveaways und Freitag Giveaways. Und dann haue ich am Samstag oder Sonntag spätestens alle Skins von der ganzen Woche raus. Wisst ihr, da muss ich mich nicht dreimal die Woche hinnocken und traden, was ich manchmal trotzdem mache, sogar meistens trotzdem mache. Aber ab und an hocke ich mich auch einfach erst am Wochenende hin und mache dann alles auf einmal. Dann habe ich direkt alles gemacht. Und dann ist es übrigens sehr, sehr ärgerlich, wenn ich dann feststelle, dass irgendjemand, der am Dienstag was gewonnen hat, mir noch nicht seinen Tradeling geschickt hat. Weil dann kann ich alle Skins schon mal abarbeiten, außer ihn. Den muss ich dann in die nächste Woche ziehen und ihn anschreiben und sagen, schick mir bitte deinen Tradeling. Du hast ja vergessen, mir deinen Tradeling zu schicken. Und dann ist er halt beim nächsten Mal dabei. Und ganz frech ist es dann, wenn derjenige am Tag später fragt, wo ist mein Trade? Und ich sage, Alter, als ich die Trades gemacht habe, war es noch nicht fertig. Sack. Aber auch nicht schlimm. Hey, das ist live. Das ist meine Arbeit. Das gehört auch dazu. Gut, dann schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Video ging wahrscheinlich Jahrzehnte. Egal, bist ja durch. Haut da rein. Ja, bis morgen im Stream, ne? 18 Uhr.